Freunde, ihr habt es euch schon mitbekommen, diesen Freitag passiert was richtig krass. Es kommt eine neue Single von uns raus, zusammen mit einem virtuellen Artist. Ich habe gedacht, ich singe euch einfach schon mal einen kleinen Snippet vor. Ich bin noch wach mit Emma, es ist wieder halb drei. Sie ist ein Teil von mir, sie ist immer dabei. Wollte nicht mehr einsam, sondern einfach glücklich sein. Ich bin noch wach mit Emma, wir kommen überall rein.